Die Funktion Energiebewertung von Archicad bietet einen einfachen Arbeitsablauf zur Durchführung von dynamischen Energieberechnungen für Projekte beliebiger Größe. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie ein neues Modell erstellen bzw. ein schon existierendes entwickeln und auf diese Weise eine Energiebewertung durchführen können. Wir wollen nun sowohl die Gebäudehülle und die Öffnungen als auch die innere Struktur und die Aufteilung modellieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Wärmespeicherkapazität darstellen. In jedem klimatisierten Raum des Gebäudes müssen Archicad-Raumflächen platziert werden, da die Geometrieanalyse des Modells auf diesen Archicad-Räumen aufbaut. Die Energiemodellüberprüfung arbeitet nun mit sichtbaren Elementen, so müssen alle unnötigen Teile des Gebäudes wie Möbel, Lampen usw. ausgeblendet werden. Öffnen Sie nun die Ebeneneinstellungen und blenden Sie alle Ebenen aus, wie für das Gebäude-Energie-Modell das Building-Energie-Modell, kurz BEM, nicht relevant sind. Erstellen Sie eine BEM-Ebenen-Kombination für das neue Ebenen-Set und klicken Sie auf OK, um dieses Dialogfenster zu verlassen. Für die weitere Arbeit ist es empfehlenswert, die Archicad-Ausschnitte, die nur die benötigten Elemente anzeigen, zu speichern. Wechseln Sie zur Ausschnittsmappe der Navigator-Palette. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner klonen, wählen Sie den Ordner Geschosse auf der Registerseite Identifizierung aus und dann tragen Sie als Bezeichnung BEM-Geschosse ein. Wählen Sie die erste BEM-Ebenen-Kombination in der Registerseite Allgemein. Mit der Verwendung der Option Modellausschnitt können Sie Grundrissansichten erstellen, die weniger Elemente zeigen. Bitte beachten Sie, dass das Anzeigen solcher Modellausschnitte keine Auswirkungen auf die Ergebnisse der Energieberechnung hat. Wählen Sie die Option Design von der Pop-up-Liste aus. Sie können alle Einstellungen behalten, wie sie sind und dann klicken Sie für die Fortsetzung auf die Schaltfläche klonen. Doppelklicken Sie auf das erste Geschoss der BEM-Geschosse und dann klicken Sie auch auf das erste Geschoss der BEM-Geschosse. Wie Sie nun sehen, sind alle unnötigen Elemente in der BEM-Ansicht dem Gebäude-Energie-Modell ausgeblendet. Wählen Sie jetzt und aktivieren Sie die BIM-3D-Ansichten, um ins 3D-Fenster zu kommen. Wählen Sie diese Ansicht in der Ausschnitt-Mappe des Navigators. Klicken Sie sie an, halten Sie die Maustaste gedrückt und gleichzeitig drücken Sie die Steuerungstaste auf Windows und die Befehlstaste auf Macintosh gedrückt, um eine Kopie zu erstellen. Wählen Sie die eben erstellte Ansicht aus, dann klicken Sie auf die Schaltfläche der Einstellungen und geben Sie als Bezeichnung BEM-3D ein. Wählen Sie von der Popup-Liste die BEM-Ebenen-Kombinationen aus und dann klicken Sie auf OK. Vergleichen Sie nun die BIM- und die BEM-3D-Ansichten. Mit den eben erstellten BEM-Projektansichten kann man jederzeit leicht zum BEM wechseln. BEM-3D-Ansichten BEM-3D-Ansichten